Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Instantly Clickers zum New Monday Ich habe aus Versehen letztens wieder auf den ein Button gedrückt dass sie wieder vorwärts gehen. Da habe ich den Boss auf Level 30 besiegt, den habe ich jetzt die ganze Zeit hier weiter besiegt das bei mir jetzt die Frau. Der Boss ändert sich ja immer wieder, wenn du einmal raus gehst, wieder rein gehst ist er immer wieder anders Sieht so lang gezogen aus, voll scheiße. Das war es so Zwar sehe ich da nicht mehr so viel, aber wenn ich da drauf drücke Nein, auch doof. Alle doof. Ich glaube, das mache ich jedes Mal, wa? Level 1 haben wir alles unten schon gekauft, dann würde ich mal sagen, dann schauen wir wie schnell oder wie weit wir kommen Dann werde ich jetzt gleich die Musik starten und dann könnt ihr euch das ansehen Dann werde ich mal sagen, Start mal Countdown Level 30 sind wir jetzt 3, 2, 1, go Und natürlich die Musik noch anmachen Währenddessen baue ich immer schon mal die Musik starten Währenddessen baue ich immer schon mal die Musik starten Bist du das schon mal, also, dass er dann nie so gemacht wird? Ah, was der ja? Ich bin so glücklich da. Es gibt auch so Mal kunst es Subtiteln. Wenn es so glücklich machen wollen, ich bin so glücklich. Es gibt es so glücklich, ich bin so glücklich Ich bin so glücklich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, wir müssen kämpfen! Ich brauche Geld! Ich brauche Geld! Und der hier, oder? Ich mache das immer, von oben, immer einen runtergehen, zack, 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 die haben wir auch schon gekauft, immer wenn ich sehe, dass ich mir den höchsten kaufen kann, dann kaufe ich den höchsten. Und ansonsten mache ich immer von oben bis da unten und dann schalte ich hier noch nebenbei meine Fähigkeiten von den Minions frei. Ich mache schon bloß, 116 Millionen Schaden. Okay, eigentlich mache ich bloß pro Klick nur, ist aber 60.000 und 70.850 Schaden. Aber da ich hier noch erhöht habe um 100% und, 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 weil ich nochmal ein bisschen mehr schaden kann. Oh, da ist der Boss bei 116.000, bei dem komme ich jetzt nicht weiter. Und dann probieren wir gleich nochmal den Boss zu killen. Oh, da ist der Boss bei 116.000… Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich denke mal, dann werde ich die Woche den hier wieder schaffen. und dann werde ich ab nächstwoche wieder ab level 50 weitermachen also ich mach das jetzt mal mit absicht dass ich den boss besiege weil das geht ja richtig schneller schön einkaufen gehen und wieder hoch ich würde mal sagen das war es um zu heute und ich würde mich freuen wenn du am nächsten Mal wieder seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau